da sind und schlussend das ist ein das ist ein bitte ist los da ist ein großen Busch im selben Jahr es versteckt sich jetzt unter dem Baum das hat voll die Angst es versteckt sich echt unter dem Baum? ah doch da ist er wenn ich gleich gleich sterb, ja, YOLO ich werde gleich sterben so wie ein TTT, ah wenn ich jetzt sterbe ich sterbe naja wenn ich jetzt sterbe bin ich gestorben ähhhhh oh man ey uhr, pflanzt er mal wieder an würde ich sagen yeah, wir haben 37 Fleisch gebraten ich bring auch nur mit Sex mit ich hab zwei yeah Fick dich, Alter noch noch mal schnell, oh Fan ich kann fast nicht mehr sprinten, schlecht sollst ja auch nicht sprinten ungesund gerade in deinem Körper, es macht dir Schaden dann wirst du jämmerlich sterben okay da merke ich mir, dann geht es mir klar da kann ich denken nur behilflich sein ich bin der Inspirator hier ist, hier war, ähm, Zuckerro ich weiß nicht das ist das seit Anfang an das war es aber nicht ah Glück auf, was ist das? ähhhhh was ist ein Glück auf, Freddy? was Glück auf, ich hab's auf Englisch ich hab's auf Englisch, ich hab time to mine und getting an upgrade ja, was hast du? ach, get in upgrade, ist ein äh, zweiter Ofen und time to mine äh, hab Steinspezak gebaut äh, das kam bei mir nicht, oder? das will auch doch, irgendwo doch, hast du schon, Amelow hat den Erfolg, äh, den Erfolg technischer Fortschritt erzielt ist Amelow 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 Bist du falsch aus? Ja klar, jetzt krieg ich auf einmal, eh, Lebens, äh, nicht Lebensentzug Lebensentzug ähm, wir werden Leben entzogen, einfach so wenn ich brav bin krieg, krieg ich's wieder Alter, ich erkenne bei dem Tech-to-Pack einfach gar nix Patty, hast du deine, hast du du Cobblestones mitgenommen, du Spaß? Nein Ach ne, da Ja, aber auch zu mir einfach am geschuldigen Mann Hauptsache, ich habe Spaß gesagt Ich bin Oh, Skelett, Skelett, Hilfe, 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 Hilfe Das ist stark Wer war schuld? Ja, Höhle Ich habe dachte, du bist draußen Jetzt nimmer Ich habe eine Höhle gefunden, die sah ganz geil aus Und? Oh, die Skelett ist tot, Alter, ich bin der Babu Ähm, Mann Wir haben ein Skelett getötet Oh Seit wann ist Kies im Wasser? Äh, schon ewig Das habe ich auch noch nie gesehen Ich hab' ich auch noch nie gesehen Ich voll oft Kann halt nix Steinchen, ich geh' Steinchen abbauen Was ist Steinchen? Steinchen, ja, Steinchen Hast du den Rollen, wenn ich Steinchen sag? Ich sag' Steinchen, lass mich in Ruhe, jetzt sind Steinchen Ja, ist ein Steinchen Ja, ist ein Steinchen, lass mich in Ruhe Ja, ist ein Steinchen, lass mich in Ruhe Ähm 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 Alter, ich bin voll verwirrt durch das Wasser Nein, Leute Ich baue voll daneben Ähm Ähm denn rundopfolt rundopfalt ja, ich bin auch rundopfalt, ey Komm mal zurück jetzt Nein Und ich und PdG machen schon allein Soится WIR, ZOB. ZOBIE Naftol. Hilfe, ich wollte euch auch schon Steiner, Timon Bahntu, mit dir lustig ist, dann nehm du drauf dann was bei mir ne Ne Oh, kurz nicht so kurz im Moment Aufnahmen Ja, dann kann ich kurz Blitzscreen machen Wir könnten eigentlich so einen Zusammenschnitt machen aus den lustigsten Sachen Ja, mach mal später dann irgendwann Wenn wir ein paar Folgen zusammen haben, dann bin ich jetzt nicht klar Ja, jetzt noch nicht, klar Lass mal anfangen Oh Gott Oh Mann, ey Du blickst so gar nicht, Jonas Doch, klar, ich krieg alles Lass mich Johannes, ja, Johannes hat ein Durchblick Jawohl, wir haben 10 Erde, Respekt Und fast 2 Stacks Cobblestone Oh, fast 2 Stacks Eisen Nicht Wir haben fast 2 Stacks Dias Ah, ne, ich hab 21 Eisen Ist doch gut Ne Wir brauchen Schafe für ein Bett Äh, ich hab schon 2 Schafe umgebracht gehabt Die Woll liegt irgendwo in der Kiste drin, glaub ich Müsste eigentlich so sein Wenn ich jetzt nur wüsste, wie bei dem Texte-Pack Wolle aussieht Äh, weiß Nein Ach ja, stimmt Ähm, miau, so Und dann so Äh Und irgendwie von der Vollbereitung zu gehen, aber irgendwie will ich nicht, weil jetzt Nacht wird Und da ist ein Kuh So, noch mehr Fleisch Und da ist ein Creeper, komm her, du Lümmel Also, bei uns am Spawn kann jetzt zumindest keine, können zumindest keine Viecher mehr spawnen, weil da ist jetzt hell Oh, zum Glück, ey Du kommst, du kommst eigentlich aus deiner Höhle raus Doch Ihr könnt zur Wurst sein Wenn sie leer gesaugt ist Woanders gelabt Oh, das sind zwei, das sind zwei, 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 zwei Das sind zwei Skelette Kommee Toll, wie komm ich jetzt hier raus? Ich glaub, ich muss hier oben mal ein, Alter, hier oben besteht alles aus Stein Ja Oh Ja Wieso? Wie soll wir da eine schöne Stadt machen, wenn hier überall Stein ist? Ja. Müssen wir so mäßig viel Erde fahren. Ja. Äh, ja. Bestraut. Glaubt, ich sterb schon wieder fast. Vor allem, wir müssen noch ausmachen, ob wir offline meinen dürfen. Ja, dürfen wir. Aber dann wirklich nur meinen. Ja. Und sterben. Also dann, das heißt dann nichts weiterbauen, kein gar nichts. Ja, klar. Ich würde sagen, dann nicht mal dann das gefundene braten, sondern einfach in die Kiste tun. Ja. Oder? Ja. Oder sollen wir vielleicht erst mal die Zuschauer entscheiden lassen? Ja. Jonas, du bist hinter dem Berg. Fischstück. Loll. Das ist eine Mine. Wo bist du? Hast du einen Fakern platziert? Die du jetzt am Anfang kannst du ganz stellen nach unten. Glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo du bist, gerade. Na, ich egal. Und ich werde jetzt super töten Oh 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 bist du Schwert, Schwert, nein Au, boom Au, boom Geilste Logik ever Bist runtergefallen Ja, Jonas halt Lass mich Jonas hat ja nichts Nein, jetzt bin ich runtergefallen Oh die Scheiße Okay, ich habe noch zwei Hörten Okay, eine Frage, warum lassen wir Jonas eigentlich meinen? Das ist der Einzige, der nicht aufnimmt Ja, das ist der Einzige, der sowieso stirbt Ja, dann ist er wenigstens irgendwie produktiv Und irgendwann, warte mal, er hat das Eisen Ja Ja, ich habe Eisen Jonas, geh mal nach Hause Das gehört mir ganz allein Ihr kriegt nichts Ja, dann stirbst du und du hast gar keine Super Das ist auch so viel besser Das ist mein Vorhaben, so mache ich es Ja klar Weißt du, dann bist du auf dem Heimweg, ich weiß eh, dass er auf dem Heimweg sterben wird Ja, ich bin gerade im Eisenrausch, lass mich Ich habe fast ein Stack Wow Das nicht aber Für die Zeit ist das eigentlich in Ordnung Ich habe jetzt Ja, es ist akzeptabel 43, okay, nein, fast ein Stack-Upper Hier Warum spiel ich mein Kraft nicht im Vollbildmodus? Weil du nicht im Vollbildmodus zogst Mach ich auch nicht Ich verstecke mich Ich verstecke mich, warum kann ich mich jetzt nicht hier so hinlegen wie in MP2 oder so Oh, Mama, das Skelett schießt Alter Verpiss dich Camper, Camper, Camper Klar, jetzt kommt da zwei Creep und zwei Skelette auf mich Mein Schwert ist kaputt, mein Schwert ist kaputt Mann Oh ja, noch eine neue Höhle Jonas, nicht sterben Nein, nein Ich sterb schon nicht Was lernt bei der Zombie? Ich bin jetzt der Minecraft der beste Minecraft Spieler äh Nein, nein Meine Schaufel ist kaputt LoL, hat selber leckt Oh Gott, hat selber gerade geleckt Wer faschtrunde gefallen wegen dem Leck Vielleicht muss der liebe Heiko danach ein bisschen was am Arbeitsspeicher machen Oh Gott, seid ihr dumm Oh mein Gott Nein, Kuiper, nicht explodieren Ich brauche deinen Schwarzpulver